Entschuldigung Frau Mia, Sie haben Ihre Akte vergessen. Sie benötigen die Unterschrift Ihres Ehemannes. Bringen Sie sie morgen mit. Was für eine Akte ist das? Was geht hier vor? Es ist nichts Liebling. Lass uns nach Hause gehen. Ich fühle mich nicht gut. Liebling? Ist das Ihr Ehemann? Ja, ich bin Ihr Ehemann. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Wir benötigen Ihre Unterschrift. Was meinen Sie? Warum brauchen Sie meine Unterschrift? Sie möchte Ihr Baby abtreiben. Sie sagte mir, Sie wollen dieses Baby gerade nicht. Was? Mia, wie konntest du mir das antun? Bist du hierher gekommen, um abzutreiben? Schatz, ich kann es erklären. Bitte, hör mir zu. Lass uns nach Hause gehen. Hier können wir nicht sprechen. Erzähl mir alles. Warum hast du darüber nachgedacht? Warum willst du dein eigenes Baby töten? So ist es nicht. Ich war wirklich besorgt. Die Pflege eines Babys ist eine große Verantwortung. Was für ein Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Wir können uns um unser Baby kümmern. Ich will dieses Baby jetzt nicht. Es ist mein Leben. Versuche nicht, mein Baby zu verletzen. Ich warne dich. Es tut mir leid, Schatz. Ich werde nicht mehr daran denken. Ich war besorgt. Ich liebe mein Baby. Ich kann meinem Baby nicht schaden. Mia, du musst dich zusammenreißen. Ich werde dich immer unterstützen. Weine nicht. Danke, Schatz. Kannst du etwas zu essen bestellen? Ich habe nichts gekocht. Keine Sorge. Ich werde vom Restaurant kaufen. Idiotische Ärztin. Sie hat meinen Plan zerstört. Jetzt kann ich nicht abtreiben gehen. Dieses Baby ist ein großes Problem. Thomas heiratet in zwei Tagen. Was soll ich tun? Du kannst sie nicht heiraten, Thomas. Du gehörst mir. Ich werde nicht zulassen, dass du das tust. Ich werde dein Leben ruinieren. Was ist passiert, Liebes? Was ist los? Nichts, Papa. Mir geht's gut. Ich bin dein Vater. Ich kenne dich sehr gut. Was ist passiert? Es geht um Mia. Sprichst du von Lukas' Frau? Ja, Papa. Sie ist keine gute Frau. Sie hat versucht, mich in die Irre zu führen. Sie liebt Lukas nicht. Sie möchte ihn betrügen. Was? Wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Sie war Thomas' Vergangenheit. Sie hatte seinen Heiratsantrag bereits zuvor abgelehnt. Sie möchte jetzt Thomas heiraten, nachdem sie weiß, dass er reich geworden ist. Mia ist geldgierig. Sie kann alles für Geld tun. Sie kann dir nichts antun. Du heiratest in zwei Tagen. Du solltest glücklich sein. Denk nicht daran. Ich glaube, du hast recht, Papa. Ich habe nur noch einen Tag. Thomas heiratet morgen. Ich muss einen soliden Plan machen. Roma vertraut ihm. Lukas kann mir vertrauen. Lukas' Handy? Ich habe eine Idee. Eine Nachricht von Lukas. Hallo Thomas. Ich stecke in einer schwierigen Situation. Bitte hilf mir. Ich sende dir den Standort. Komm so schnell wie möglich hierher. Es geht um Leben oder Tod. Ich muss dieses Handy ausschalten. Mia, hast du mein Handy gesehen? Hier ist es. Okay, ich gehe zur Arbeit. Bis heute Abend. Pass auf dich auf, Schatz. Warum hat er mir geschrieben? Ich hoffe, es geht ihm gut. Dies ist das erste Mal, dass er mir eine solche Nachricht sendet. Sein Handy ist ausgeschaltet. Ich muss herausfinden, was los ist. Er ist in Schwierigkeiten. Ich muss ihm helfen. Lukas ist ein guter Mensch. Ich werde ihn retten. Hallo Roma. Ich bin es Mia. Was willst du? Warum hast du mich angerufen? Thomas und ich werden uns treffen. Wir werden bald heiraten. Was zur Hölle sagst du? Wo bist du? Wo ist Thomas? Ich schicke dir den Standort. Komm und sieh alles selbst. Ich komme sofort, um deine Lüge herauszufinden. Ich kann das nicht mehr ertragen. Das muss Mias Plan sein. Ich muss alles überprüfen. Thomas kann mich nicht täuschen. Er ist kein schlechter Kerl. Peter, weißt du, wo Chef Thomas ist? Ich habe ihn seit dem Morgen nicht gesehen. Er ist noch nicht gekommen. Ich habe sein Büro überprüft. Okay, danke. Wo ist er? Er ist sehr pünktlich. Ich sollte ihn anrufen. Wie ist das möglich? Mein Handy ist ausgeschaltet. Ich muss es einschalten. Hallo Liebling. Bitte hilf mir. Mia, was ist passiert? Geht es dir gut? Liebling, mir geht es nicht gut. Thomas wollte sich mit mir treffen. Ich bin hierher gekommen, um ihn zu sehen. Er will mich heiraten. Was für ein Unsinn. Was für eine unhöfliche Person. Ist er bei dir? Schick mir den Standort. Ich komme sofort. Okay Liebling, bitte, rette mich. Komm schnell. Gut gemacht. Mein Plan hat funktioniert. Roma wird Thomas nicht heiraten. Lukas, wo bist du? Lukas, bist du hier? Was für ein Ort ist das? Hi Thomas Liebling. Gefällt dir dieser Ort? Wo ist Lukas? Was machst du hier? Niemand ist hier. Wir sind allein Schatz. Du hast Lukas Handy benutzt. Du hast mir diese Nachricht geschickt. Wie ungeschickt von dir. Du kannst nicht Roma heiraten. Sie liebt dich nicht. Ich liebe dich Schatz. Schäm dich. Du wirst Mutter werden. Lukas liebt dich sehr. Du kannst dich nicht ändern. Komm schon Thomas. Lass uns heiraten. Ich habe meinen Fehler erkannt. Ich werde deine Gefühle nicht wieder verletzen. Du hast den Verstand verloren. Du brauchst einen Arzt. Du bist mein Arzt. Du kannst mich retten. Hilf mir. Jemand hilf mir. Roma, was ist mit dir passiert? Lukas, mein Auto ist kaputt. Gott sei Dank du bist gekommen. Was machst du hier? Mia hat mich angerufen. Mia hat mich auch angerufen. Sie steckt in einer schwierigen Situation. Dein Verlobter ist ein böser Kerl. Er will Mia heiraten. So ist es nicht. Du weißt nichts über sie. Thomas ist ein guter Kerl. Deine Frau ist ein gieriges Mädchen. Ich verstehe nichts. Kannten sich Thomas und Mia vorher? Ich erzähle es dir später. Wir müssen dorthin gehen. Los, steig ins Auto. Warum hast du dich ausgezogen? Was ist dein abscheulicher Plan? Mein Plan ist es, dich mit allen Mitteln für dich zu gewinnen. Ich hasse dich sehr. Du bedeutest nichts für mich. Lukas ist ein großartiger Kerl. Du solltest deinen Mann respektieren. Ich brauche deine Vorlesung nicht. Lukas und Roma kommen hierher. Ich verstehe alles. Du hast einen Plan gemacht, um mich zu fangen. Aber ich lasse nicht zu, dass du das tust. Lukas wird mir glauben. Roma wird sich von dir trennen. Warte es ab. Ich werde dich nicht heiraten. Tu, was du kannst. Bitte Thomas, töte mein Baby nicht. Ich kann dich nicht heiraten. Lass mich gehen, bitte. Warum inszenierst du dieses Drama? Hör auf, Thomas. Bitte, rette mich Lukas. Er will mein Baby töten. Er zog mir auch die Kleidung aus und wollte sich an mir vergreifen. Er kann dir nicht schaden. Ich bin bei dir. Bitte, lass mich gehen. Ich kann dich nicht heiraten. Lass meine Hand los. Mir? Mir?